So Leute, im heutigen Video werden wir uns über diesen 116 Millionen Dollar Kryptowahl unterhalten, der in diesem Moment in Erscheinung getreten ist und Handlung vornimmt. Dann sprechen wir auch noch darüber, dass wir gerade in diesem Moment eine Chance sehen können, die tatsächlich eine der größten Chancen der Geschichte des Kryptomarktes ist. Wir haben also heute unfassbar wichtige Sachen zu besprechen. Ich zeige euch meine Thesen, das was momentan am Markt passiert, das was ich persönlich machen werde und noch viel, viel mehr. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen und schauen, was bei Bitcoin los ist. Was man hier nämlich sehen kann ist, wir sind auf dem 4-Stunden-Shot. Da hatten wir ein ziemlich anständiges Breakdown von der roten Linie. Wir sind nach unten gegangen zu 29.500 Dollar und es gibt immer noch eine ganze Menge Binance-Fat momentan. Ihr wisst ja, die müssen 1.000 Mitarbeiter entlassen und die Leute haben einfach Angst vor dem, was mit Binance passiert. Denn es gibt so viele Gerüchte, es gibt so viel FAT, was Binance momentan umschwimmt. Und das verursacht einfach eine ganze Menge Unsicherheit. Das zusammen mit der Klage des Justizministeriums, die irgendwann in der Zukunft rauskommen wird. Wir wissen nicht wann, aber um ehrlich zu sein, wir können schon ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie kommen wird. Und das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass Bitcoin hier wieder nach unten gegangen ist, aufgrund der ganzen Unsicherheit, die entstanden ist. Nachdem wir allerdings nach unten gegangen sind, hatten wir ein paar, wir sind bis zum Rand der orangenen Box gestiegen, haben versucht da durchzubrechen, das ist uns nicht gelungen auf dem 4-Stunden-Shot. Und jetzt gerade befinden wir uns ganz knapp über oder eher zwischen der roten Linie und dem Rand der orangenen Box hier. Außerdem, wenn wir einmal auf den Daily-Chart gucken, da kann man sehen, dass wir nicht nur eine einzige Kerze unterhalb dieser roten Linie geschlossen haben, wo wir ja zunächst nach oben gegangen sind, dann sind wir allerdings wieder nach unten gegangen und wir haben jetzt tatsächlich auch noch zwei komplette Kerzen unterhalb dieser roten Linie geschlossen. Das bedeutet, diese Unterstützung wird auf jeden Fall von Mal zu Mal schwächer, aber ist immer noch signifikant. Diese ganze orangenen Box ist natürlich ziemlich stark für Bitcoin. Meine Strategie ist und bleibt also immer noch die gleiche. Ich glaube immer noch, dass es eine richtig starke Unterstützung für Bitcoin und die Dips innerhalb dieser orangenen Box sind meiner Meinung nach zum Kaufen da. So ganz allgemein, jeder Dip für Bitcoin ist momentan zum Kaufen und ich sage euch gleich noch ganz genau, warum ich das denke. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was ich persönlich mache. Die Bots lasse ich natürlich auch noch die kurzfristigen Schwankungen für mich traden und ich gebe auch gleich noch ein Update zu meinen Bots. Aber nichtsdestotrotz, die Bots machen die kurzfristige Arbeit und ich persönlich akkumuliere bei jedem einzelnen Dip. Außerdem, wenn die Binance Klage rauskommen wird, was höchstwahrscheinlich passieren wird, da kommt es wahrscheinlich zu einer richtig großen roten Kerze und dann zu einem schönen grünen Bounce. Das ist zumindest meine Strategie, das ist das, worauf ich warte, das ist das, was ich mache und mal schauen, ob das profitabel sein wird oder nicht. Dann eine weitere Sache, die man für Bitcoin auf dem Daily Chart sehen kann, ist, wir haben tatsächlich unterhalb dieser massiven Unterstützungs- und Widerstandslinie, dieser nach oben gerichteten roten Linie geschlossen. Schaut mal, wie signifikant das ist von 2022 und das ist im Übrigen auf dem Daily Chart. Das war immer große Unterstützung Widerstands und immer, wenn man darunter bricht, dann ist das normalerweise ein schlechtes Zeichen. Ja, hier sind wir auch da durchgebrochen, aber wir sind relativ schnell wieder da drüber gekommen, haben es geschafft, wieder da drüber zu brechen. Dann kam mal diese andere, richtig fettrote Kerze und wir befinden uns wieder darunter. Jetzt kann man natürlich auch sehen, dass diese rote Linie nach oben gerichtet ist und immer höher geht. Momentan ist sie bei ungefähr 31.000 Dollar. Das bedeutet, je länger wir uns Zeit nehmen, umso weiter ist diese rote Linie weg und umso mehr müssen wir pumpen, um wieder da drüber zu kommen. Deshalb, ich persönlich würde es bevorzugen, dass wir einen schnellen Pump darüber haben und dann weiter nach oben gehen können. Aber natürlich müssen wir verstehen, was für Dynamiken am Markt wir momentan haben und es gibt einfach eine Menge Unsicherheit, vor allem in Bezug auf Binance. So, und jetzt lasst uns noch einmal über die traditionellen Märkte sprechen, weil das echt wichtig ist. Und bevor wir jetzt über Ethereum sprechen und über den 160 Millionen Dollar Wahl, muss ich euch das hier zeigen. Also wirklich Wahnsinn. Was man hier nämlich sehen kann, ist, wir sind tatsächlich über meine super wichtige orangene Box gebrochen und diesen ganz allgemeinen Bereich. Falls ihr euch fragt, was dieser allgemeine Bereich überhaupt ist, dann kann ich euch sagen, dass zwischen diesen beiden roten Linien, das ist ganz, also normalerweise ist das der Punkt, wenn man eine Bärenmarktrallye hat, was momentan viele Leute befürchten, falls es eine Bärenmarktrallye sei, dann wäre das traditionell der Punkt, wo wir umkehren würden und stoppen. Das ist also ganz typisch der Punkt, an dem wir, ja, wieder nach unten gehen und tatsächlich ist es genau das, was wir in der Vergangenheit immer gesehen haben. Wenn wir uns mal den Daily Chart anschauen oder, äh, nee, Quatsch, sorry. Das ist ein super wichtiges Widerstandslevel. Aber der Bereich, wo man normalerweise eine Bärenmarktrallye sieht, ist zwischen dieser roten Linie hier unten und dieser roten Linie hier oben. Wir haben also eine richtig, richtig große Rallye gesehen von 3.600 Dollar bis auf 4.300 Dollar bei den traditionellen Märkten und dann sind wir wieder nach unten gegangen. Aber das ist auch überhaupt nicht mein Hauptargument. Mein Hauptargument ist, wenn man sich die traditionellen Märkte anschaut, dann kann man sehen auf dem Weekly Chart, wenn wir uns das mal genauer anschauen, wie weit sind wir noch vom Allzeithoch bei den traditionellen Märkten entfernt? Naja, schauen wir mal. Wir können sehen, momentan sind es ungefähr 4, ähm, oder lasst uns von ganz, ganz oben nehmen. Jetzt gerade befinden wir uns 4,5% vom absoluten Allzeithoch bei den traditionellen Märkten entfernt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also wirklich, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wir sind 4% von einem Allzeithoch bei den traditionellen Märkten entfernt und genau deshalb sage ich euch auch immer, lasst euch wegen diesen kurzfristigen Schwankungen von Bitcoin nicht verrückt machen, weil früher oder später wird Bitcoin die traditionellen Märkte outperformen. Es ist lediglich eine Frage der Zeit und wir sind echt ziemlich weit von unserem alten Allzeithoch entfernt. Das bedeutet, wenn der Bullrun wieder richtig anfängt und es fängt bei den traditionellen Märkten an, dass wir nach oben gehen und das vorige Allzeithoch antesten, wenn das tatsächlich passieren sollte, dann werden wir sehen, dass etwas absolut Verrücktes für die Märkte ganz allgemein passieren werden. Die Leute werden risikotoleranter und natürlich werden dann auch wieder mehr Leute in Kryptowährungen investieren und alles reiht sich momentan für Kryptowährungen auf. Alles steht für Bitcoin bereit. Ich würde mir, um ehrlich zu sein, deshalb nicht allzu viele Gedanken über kurzfristige Schwankungen machen. Dafür haben wir die Bots. Wir akkumulieren ganz einfach, um uns auf die nächste große Bewegung vorzubereiten, auf den nächsten Bullrun. Ja, schaut euch auch meine früheren Videos an, wo ich genau darüber gesprochen habe. Die kurzfristigen Schwankungen, die werden keine Rolle spielen, wenn erst einmal ein ETF kommen wird. Klar, könnte vielleicht noch ein bisschen dauern, vielleicht wird es nicht beim ersten Mal genehmigt, aber BlackRock wird auf jeden Fall diesen ETF genehmigt bekommen. Die haben eine Erfolgsbilanz, dass wirklich 99% sämtlicher ETFs genehmigt werden. Deshalb, wie gesagt, es ist lediglich eine Frage der Zeit und dann wird es Wahnsinn werden. Leute bereiten sich auch gerade vor, weil die SEC jetzt damit begonnen hat, die ETF-Anträge zu prüfen. Der Countdown läuft, Leute. Es ist, wie gesagt, lediglich eine Frage der Zeit, bis sie eine Entscheidung treffen werden. Vielleicht werden sie auch nicht sofort den ETF genehmigen, aber sie werden ihn früher oder später genehmigen. Der Ball ist bereits ins Laufen gekommen. Und was man jetzt auch noch sehen kann ist, Langzeitbesitzer, die akkumulieren Bitcoin wie verrückt, die verkaufen nicht, die akkumulieren jeden Tag mehr Bitcoin und ja, die Langzeitbesitzer, die werden mit der Zeit wie immer Gewinne machen. Außerdem, was man auch noch sehen kann ist, Bitcoin korreliert momentan nicht wirklich mit irgendeinem traditionellen Markt. Schaut mal, es gibt eine 87%-ige Korrelation mit Ethereum, was ja auch Sinn macht, ist eine Kryptowährung. Bitcoin und Ethereum korrelieren also immer noch relativ gut. Dogecoin, Bitcoin ziemlich korreliert. Aber wenn man dann noch ein bisschen nach unten geht, MicroStrategy, die sind gar nicht mehr so korreliert. Selbst Coinbase ist nicht mehr super korreliert. Und wenn man sich die traditionellen Märkte anschaut, den S&P 500 zum Beispiel, dann ist die Korrelation, auch mit Gold, Nasdaq, absolut, ja, ist viel, viel kleiner geworden. Daraus ergibt sich momentan also das Bild, dass Bitcoin irgendwann wieder zu den Gewinnen aufschließen wird, was Bitcoin in der Vergangenheit immer gemacht hat. Und nicht nur aufschließen, sondern vor allem auch outperformen. Prozentual gesehen wird es für Bitcoin viel, viel mehr sein. Das ist zumindest das, was ich glaube. Und ja, mal schauen, ob das der Fall sein wird oder nicht. Es ist auch überhaupt nicht zu leugnen, dass all das Geld, das in den letzten paar Jahren gedruckt wurde, klar, wir gehen wieder ein bisschen nach unten. Die Fed beginnt also, ein ganz kleines bisschen Geld aus dem System zu nehmen. Aber es ist nicht leugbar, dass wir noch immer auf einem absurden Level sind und all dieses Geld muss irgendwo hin. Das Ding ist nämlich, wenn die Zinsen erstmal wieder nach unten gehen, weil irgendwann muss die Fed die Zinsen wieder senken. Das bedeutet, es wird mehr freies Geld auf den Markt geben und all dieses Geld wird versuchen, einen Platz zu finden, mit dem es Gewinne machen kann. Klar, wir haben die traditionellen Märkte, aber definitiv auch Bitcoin. Also, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Und ich weiß, es kann manchmal verletzend sein, wenn Nachrichten rauskommen und Bitcoin 2000 Dollar fällt. Ist nicht toll. Aber wenn man langfristig denkt, dann wird alles gut werden. Das ist zumindest das, was ich glaube und natürlich keine finanzielle Beratung. Aber von einem Chancen-Risiko-Verhältnis her ist das meiner Meinung nach eine der wirklich besten Gelegenheiten, um in Bitcoin einzusteigen. Klar, kurzfristig haben wir unsere kurzfristigen Strategien wie meine Bots und wenn ich schon mal dabei bin, schauen wir uns direkt mal die Bots an. Schaut mal, die meisten dieser Positionen wurden aufgefüllt und warten darauf, dass das Take-Profit-Preisziel erreicht wird. Das bedeutet, wie immer setze ich das Take-Profit-Preisziel so niedrig wie möglich, damit es auch so schnell wie möglich wieder erreicht werden kann. Ich, genau, ich habe das glaube ich schon für die meisten gemacht. Lass mich schauen. Ne, hier nicht. 30.699. So, jetzt haben wir das hier auch gemacht. Also, wir werden entweder einen schönen Pump haben und das Take-Profit-Preisziel erreichen oder aber, wie ich immer gesagt habe, wenn wir weiter nach unten gehen sollen und wir sind zu weit entfernt, was natürlich möglich ist. Also, es besteht die Möglichkeit, dass wir irgendwo an einem Punkt sind, wo es nicht mehr realistisch ist, dass wir relativ kurzfristig das Take-Profit-Preisziel erreichen werden. Und wenn es soweit sein sollte, dann zeige ich euch, was ich machen werde. Aber noch sind wir nicht da. Es ist noch relativ weit davon entfernt. Bis jetzt warte ich immer noch darauf, dass wir auf das Take-Profit-Preisziel zusteuern. Fürs Erste sieht auf jeden Fall alles immer noch gut aus und wir warten darauf, dass wir einen schönen, schönen Pump bekommen oder einen richtig fetten Drop, damit wir dann eben ja unsere Entscheidung treffen können und schauen, wie die nächste Bewegung für die Bots aussehen wird. Und jetzt nochmal ganz schnell zu Ethereum, weil einer der größten Ethereum-Warde, der damals beim ICO Ethereum im Wert von ungefähr 19.000 Dollar bekommen hat, die jetzt 116 Millionen Dollar wert sind, alle diese Ethereum wurden zu Kraken gesendet. Hat er die verkauft? Wird er die verkaufen? Will er die staken? Was wird er machen? Na ja, lasst uns mal den Ethereum-Preis anschauen. Der ist nicht so stark nach unten gegangen. Also, schwierig zu sagen, was da momentan passiert. Wir sehen zumindest mal keinen allzu großen Verkaufsdruck. Lasst uns mal abwarten, wie sich das weiter entwickeln wird. Auf jeden Fall interessant, dass einer der größten Wale diese ganzen Ethereum auf Kraken gesendet hat. Vielleicht will er hier auch nur ein kleines Spiel spielen. Wer weiß schon. Und falls ihr meine Trading-Strategien benutzen möchtet, könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr euch mit meinem Link bei OKEx anmeldet. Da könnt ihr dann sogar noch einmal bis zu 60.000 Dollar Trading-Buni bekommen und dann könnt ihr noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Da habe ich One-Click-Setups für jeden einzelnen Bot. Im Grunde genommen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Möwen-Täum? Wie ist das? wie ist es?